Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6657 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn alle Zutaten in der Schüssel sind, musst du kräftig umrühren. Wenn alle Zutaten in der Schüssel sind, musst du kräftig umrühren. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Wenn alle Zutaten in der Schüssel sind, musst du kräftig umrühren. Wenn alle Zutaten in der Schüssel sind, musst du kräftig umrühren. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Wie baut man langfristige Kundenbeziehungen auf? Wie baut man langfristige Kundenbeziehungen auf? Wie baut man langfristige Kundenbeziehungen auf? Ich habe alles aufgegessen. Es hat gut geschmeckt. Ich habe alles aufgegessen. Es hat gut geschmeckt. Ich habe eine Therapie gemacht, um meine Schüchternheit zu überwinden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.